hier seht ihr ein kleines schmuckstück von 1956 von meinem kollege lukas victoria avanti modell typ sm51 ausführung a zweigang mutter ein wirklich sehr schönes moped aus den 50er jahren meiner meinung nach sogar eins der schönsten mopeds aus den 50er jahren so 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 Das war's für heute. Danke fürs Vorbeischauen und bis bald. Danke fürs Zuschauen.